Und zu einem unserer Vorhaben muss ich nochmal was sagen. Ich erwarte, dass jetzt das Gesetzespaket vorgelegt wird für Cannabis. Und das Gesetzespaket muss aus meiner Sicht aus zwei Teilen ganz klar bestehen. Erster Teil Entkriminalisierung, dann Eigenanbau und CSC und zweiter Teil das, was wir der EU vorlegen müssen. Und das muss auch gemacht werden und das muss zeitgleich losgehen, damit wir endlich auch bei der Legalisierung weiterkommen können. Aber mit der Entkriminalisierung, mit dem Eigenanbau, mit CSC muss der erste Schritt getan werden.